Weiter geht's in Kapitel 3, Gedicht des Windes, Mission 3, 4. Das Mädchen im Rollstuhl. Los geht's. Ist das Mädchen das Jubel? Echt jetzt? Echt? Oh, das ist hart. Oh nein! Seh ich genauso. Das ist nicht fair. Aber trotzdem ein kleines, ein junges Mädchen ihre Bewegungsfreiheit zu nehmen? Ich weiß ja nicht. Das ist nicht wahr. Es geht's nicht wahr. Es geht's nicht wahr. Das ist ein kleines Mädchen. Es geht's nicht wahr. Ich bin sehr gefährdet. Das ist nicht wahr. Es geht's nicht wahr. Ich bin aber auch da. Echt jetzt? Ich bin ja. Aber ich bin so schnell. Es ist nicht so schlecht. Das ist ein Roboter? Das ist ein Roboter. Das ist ein Roboter. Kein Hungrybees darf das Portal betreten. Aber ich sehe das genauso wie Mei das ist. Es muss doch eine andere Möglichkeit geben, oder? Nicht so schnell, meine Güte. Nicht so schnell hier. Stopp! Kein Hungrybees kommt da rein und hindert uns an unserer Flucht bzw. an unserem Rückzug. Außerdem müssen wir das Mädchen beschützen. Wurde ihr Name schon gesagt? Ich weiß es gerade selber nicht. Das ist jetzt dort reingeflogen, das Vieh. Wenn man Rückschlag dort rein ist, ist es super unfair. Stopp! Wie soll ich denn da bitte sehr rankommen? Okay, ja, mehr wurde ja auch oftmals gesagt, mein Valkyrie-Kampfanzug ist zu schwach. Da muss ich jetzt wohl die Konsequenzen von tragen. Moment, muss ich noch irgendwas machen? Nein. Und wieder drückt der eingeladene Spieler. Kampfball und Hitman-Winig. Finde ich ganz gut. Wo ist das? Nein, hier ist noch einer. Und weiter geht's. Kein Honkai darf das Portal betreten. Da hinten erscheinen sie. Nein, da vorne ist noch einer. Verdammt. Es ist einer drin. Ich bin gar nicht da zu schlecht. Nein. Sieht aus. Zum Glück, weil er der Meinung mich angreift, ist, wie es in Zwera drin gewesen. Komm schon. Das ist gar nicht so schlecht, muss ich gestehen. Der war vermutlich auch daran, dass ich nicht auf dem passenden Level bin. Oh, das war's schon. Okay. Okay, sie hat Wendy. See. Ich habe ihn mit dem, was ich an Bolleri oder bestimmten Mann rundt? Ich habe ihn mit dem Zwera drin gew physisch. Ich habe ihn mit dem Zwera drin gewinnen. Bolleri oder zuhörlisch. und eine solche Zeit, die sie verletzten, um zu schlafen, um zu schlafen, um zu schlafen zu gehen. Aber das ist, dass es die Kugel-Kack-Saukau, um zu schlafen, um zu schlafen, um zu schlafen zu schlafen. Das ist auch so, ich bin noch nie. Ich bin noch nie unterwegs. Ich bin noch nie unterwegs, und ich bin noch nie unterwegs. Wenn du bist, dann bin ich sicher. Das ist, finde ich, sehr schön, was die Baronia hier macht. Ich meine, vor allen Dingen, wenn die Wendy so verzweifelt ist, sage ich mal so, ist es, finde ich, wirklich sehr, sehr nett, meine Baronia, dass sie sie aufbaut. Oh, noch so eine Mission. Wo kommen die Feinde? Und da. Diesmal Feinde für Baronia. Ist man hier mit der Baronia sogar gar nicht so schlecht dran. Außer jetzt. Weil sie halt Fernanrufe ausführen kann. Ich musste nur wechseln, weil die Waffeüberladung war. Und wenn ich halt immer nur so kleine Schüsse abgebe, dann bin ich halt nicht wirklich effektiv. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil an Baronins Waffe, dass sie relativ schnell überlädt. Wo kommt der Bus? Verdammt, da sind auch noch welche. Okay, aber der Schott. Dank, Baronia. So, und dann würde ich sagen, machen wir noch diese zwei kleinen Missionen da. Weil weiter kann ich sogar so noch nicht. Da muss erst Level 25 erreichen. Moment. Ja, das ist zuerst. Wie geht's jetzt weiter von dem letztes Mal, was die Theresa da erzählt hatte? Ja, das ist zuerst. Also war das, was ich letztens erzählt habe, dass die Cecilia geopfert wurde, doch nicht ganz richtig, weil die Atomraketen sind nie eingeschlagen. Warum kriege ich heute nur solche Missionen? Ich mag die nicht. Oh, ich werde meine Entschrift-Sword-Skeme. So, das Kampnaf ist schon gut. Aber natürlich schaffe ich es wieder nicht komplett. Einer muss ja rein gehen. Das klingt nach Veronia. Sehr schön. Wo ist der immer noch? Superstar. Hältst mir alle mit. Noch welche. Na gut, dann kommt alle mal an einen Ort. Jetzt muss ich wechseln. Weil Veronia kann sich in diesem Moment da nicht bewegen. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da. Machen wir ihn platt. Vielleicht sollte ich mit Veronia raufgehen, aber... Jetzt ging es auch so. Halt hier geleben. Hey, nein! Nein, 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 nein! Wenigstens eine, ich denke. Ja, das klingt nach was für Brüder. Kommt wieder alle an einen Ort. Bewegt euch nicht. Wie ist es Brüder? Wer wird auch noch... Nein! Ich stelle mich aber auch blöd an, oder? Drei reingehen lassen. Hm. Reden wir einfach nicht drüber, ja? Reden wir einfach nicht drüber. Ich glaube, ich bin wirklich einfach ein bisschen... Underleveled hier. Na, was soll's. So. Und die letzte Mission. Okay. Auch ohne... Information, aber immerhin diesmal eine andere Mission. Wie viele Feinde soll ich töten? 15? Ja, ich glaube schon. Das ist ja nicht sonderlich schwer. Jetzt würde ich mal sagen... 5 übrig. Kriegen wir doch keinen. Kein Problem. Seht ihr? Geschafft! Ohne Probleme. Perfekt! Dann würde ich sagen, sind wir für heute auch schon durch. Irgendwann wieder schneller als erwartet. Ja. Dann level ich auf bis zu Level 25. Natürlich spiele ich die noch nicht. Die spiele ich nur mit euch. Und dann sehen wir uns... Wieder bei Missionen 3.7 bis 3.9. Damit würde ich sagen... Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.